Sagt Unreinheiten und vergrößerten Poren den Kampf an, und zwar mit unserem Power-Duo, bestehend aus dem Skin Perfect, den 2% BA Liquid Exfolien und den 10% Nianz Dynamit Booster. Die Salicylsäure im BA Peeling hilft, deine Hautoberfläche sanft zu entschuppen, wirkt aber auch gleichzeitig tief im Inneren der Pore, wo sie dann zum Beispiel Unreinheiten vorbeugt. Sie ist auch entzündungshemmend und hilft dir dabei dann zum Beispiel Rötung zu mindern. Der Booster auf der anderen Seite ist vor allem dazu da, deine Poren zu verfeinern, weil er sie wieder in ihre ursprüngliche Form zurückbringt und hilft dir auch, kleine Fältchen zu glätten und alte Pickelmale zu reduzieren. Wenn du beide Produkte regelmäßig zusammen anwendest, kannst du so ein ebenmäßigeres Hautbild erzielen.